Hallo zu einem kurzen Wochenrückblick von Woche 6. Diesmal weiss ich es. Meine größe Befürchtung ist, dass ich bald eine Rennerpersönlichkeit entwickle und noch versuche einen Halbmarathon zu rennen während dieser Corona-Zeit. Das wäre dann wirklich das Gegenteil von dem, was ich eigentlich erwartet hätte. Aber ich verbringe immer mal wieder eine halbe Stunde im Wald und habe ein bisschen begonnen, ein bisschen weiter, ein bisschen schneller zu rennen. Das ist so der Grund, weshalb ich diese Befürchtung habe. Also das ist so der eine Teil zu diesen Ferien. Und der zweite Teil des Wochenrückblicks ist, ich bereite mich jetzt wieder auf die nächste Phase Fernunterricht vor. Bei mir an der Schule geht es bis Juni so weiter. An der Uni läuft das ganze Semester in die Fernunterricht. Aber eigentlich wäre es ganz schön, wenn die Verantwortlichen dann wirklich entscheiden könnten, wie es mit den Abschlussprüfungen aussieht. Im Moment bei meinem Kanton ist der Wille da, keine Prüfungen durchzuführen, was ich sehr schätze. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Aber das hängt noch von ein paar anderen Entscheidungen des Bundesrats ab. Das wird sich noch weisen. Und so die ganze Unsicherheit, dass man sich auf gewisse Dinge vorbereitet und dann doch nicht sicher ist, soll ich mich auf ein paar andere Dinge auch noch vorbereiten auf diese Prüfungen? Oder soll ich es lassen? Oder soll ich mich einfach entspannen? So diese ganze historische Haltung, die ich gerne in Social Media berate und auch versuche einzunehmen, dass es mir eigentlich so ein bisschen egal ist, dann ist es dann schwierig, wenn ganz viel Arbeitszeit damit verbunden ist. Und man denkt, ja gut, wenn ich es jetzt nicht mache, dann habe ich dann in zwei, drei Wochen einen riesigen Stress. Und auch für die Schülerinnen und Schüler wäre das sehr, sehr stressig. Also da habe ich ganz viel Mitgefühl, auch für die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt in Deutschland beginnen, auch Präsenzunterricht wieder einzurichten, auch sehr strengen und sehr schwierigen Vorgaben. Ja, das ist keine einfache Zeit. Und ich denke, da könnte wirklich die Bildungspolitik mutiger, schneller, direkter entscheiden. Auch im gewissen Bewusstsein, dass vielleicht ein paar Entscheide rückblickend falsch aussehen werden. Aber eigentlich spielt es gar nicht so eine große Rolle, denke ich. Also das ganze Schuljahr jetzt im Fernunterricht zu beenden, das würde niemandem schaden und das würde wahrscheinlich auch vieles entlasten, weil man sich dann darauf vorbereiten könnte. So, das war es zum Wochenrückblick. Das war die zweite Woche meiner Frühlingsfehlen. Ab Montag geht es dann wieder so richtig los mit Schule für unsere Kinder, mit Schule für mich, mit Homeoffice bei allen anderen Jobs in der Familie und mal sehen, wie diese Peak dann zu bewältigen sein wird. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis bald.